Hallo Freunde! Vielen Dank übrigens nochmal an alle, die mir gratuliert haben und alle, die jetzt denken, oh scheiße, ich habe es vergessen. Es ist nicht so schlimm. Nächstes Jahr, gleiche Zeit, habt ihr nochmal eine Chance. So, ich habe draußen noch ein bisschen was gemacht. Jetzt müssen wir aber erstmal Lotti abholen, der hat heute einen kurzen Tag und dann gibt es auf jeden Fall Mittagessen und dann geht es für mich auch schon nach Berlin. Da steht heute auch noch was an. Und ja, Kind abholen, Mittagessen. Bis später. Hallo Georg, was machen wir dir heute? Heute ist Secret Listening. Das heißt also, Handys sind verboten. Außer meins. Außer Deins, das war wieder klar. Ja, das ist ja ganz wunderbar draufhalten. Ganz, alter, ganz wunderbar. Ja, wir sind angekommen in Berlin, herrliches Wetter. Und übrigens, wer heute auch wieder mit am Start ist, darüber freue ich mich so dermaßen. Maxe! Hallo! Was macht die Frauenbild? Ach du, das ist halt beim alten. Oh. Hallo! Also immer noch Single? Ja. Er ist immer noch Single? Hier ist noch mal der Name.